So Leute, willkommen zu Mega Man X, dem Let's Play, dem Nebenprojekt, dem kleinen Nebengeschmack für nebenan und obendrauf und nebenan und obendrauf. Ja, erstmal vorne hinein, äh, warum spiele ich das? Ich hab sowas von keine Ahnung. Äh, ganz ehrlich, ich hab irgendwie momentan total Bock auf irgendwas anderes noch nebenbei. Ich mein, Batman Arkham Asylum ist geil, da kann man nichts zu sagen. Ja, das macht mir auch unheimlich Spaß und da hab ich irre Bock drauf. Problem ist, äh, Magica kann ich immer nur mit den Jungs aufnehmen und von daher... Und nur Batman ist mir dann selber dann doch ein bisschen zu... Also ich sag's mal so, das sind jetzt so Nebenprojekte, wo ich dann weiß, äh, die kann ich, äh, die gehen eventuell nicht lange, die kann ich schnell rendern, die laden nicht lange hoch. Und das gibt's dann auch täglich auf den Kopf und dann... Habt ihr was davon, da hab ich was von. Let's nennen es... Ah! Ist doch ganz schön im Grunde. Äh, der fuckt mich jetzt ab oder was? Ne, auf jeden Fall, äh... Soll jetzt so eine Art Nebenprojekt werden, dass ich eben halt... Täglich vielleicht ein klein bisschen mehr hochladen kann, so... Das ist jetzt so eine Art Nebenprojekt, sag ich mal. Ich nenn's auch Nebenprojekt, das gibt es täglich. Äh, erfordert wenig Qualität, wenig Renderzeit. Und ich weiß nicht, irgendwie hab ich momentan voll Bock auf... Irgend so was. Ist übrigens Blinds, ist für die N64, äh, für N64, sag ich schon. Für den Super Nintendo, für das Super Nintendo Entertainment System. Und, äh, ja. Warum ausgerechnet Mega Man X? Ich hab keine Ahnung. Curse you, Egoraptor. Auf jeden Fall, äh, ja, ich hab von dem irgendwie diese Review gesehen. Und irgendwie... Ja. Mega Man X... Nie gespielt. Irgendwie an mir... Wow! Vorbei geht's! Muuuuh! N-Ball! N-Rage, nicht N-Ball! Wiii! Das hätte ich gern gehabt. Egal. Naja, was können wir? Wir können schießen, also eigentlich hab ich schon alles gezeigt. Wir können springen. Wir können von der Wand abspringen. Ich hab hier die Intro-Stage, hab ich zwar gespielt, aber mehr auch nicht. Ab dann ist es auch versprochen wieder Blind. Aber ich muss ja mal gucken, ob alles auch aufnehmbar ist. Nachher lag das gesamte Spiel und das will ich ja nicht. Und dann... Deswegen mach ich immer lieber einmal so eine kleine Probeaufnahme, wo ich immer hier wegen die Intro-Stage spiele und schon mal mit der Steuerung geringfügig vertraut werde. Damit das, äh, die Aufnahme auch schön wird. Sonst bin ich damit unzufrieden. Das ist so ein persönlicher Punkt irgendwie. Sonst bin ich immer mit mir selber unzufrieden und hasse mich da. Ah! Wann hab ich die Intro-Stage nochmal gespielt, dass der mich jetzt so geflasht hat? Darf ich mich noch an der Nase kratzen? Dankeschön. Boah! Hallo, ich will mich doch nur... Gut, Plan B kratze mich halt so an der Nase. Wenn ihr mich nicht an der Nase kratzen lassen wollt, kratze ich halt selber. So. Wap! Autos! Ach, ja, klar. Pfff! Was ist denn los mit mir? Ganz ehrlich? Ich hoffe mal, das Spiel ist nicht so schwer. Ich sag das jetzt noch, aber es ist ein Mega-Man. Von daher... Zerstört das Auto! Boah! Scheiß Umwelt verschmutzen! Dam 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 dam! Ja, wir können unseren Basta auch aufchargen und dann abfeuern. So. Wir kommen jetzt Autos! Nein! Autos, nein! Nein, Lama, nein! Sorry. Das mit dem Lama musste irgendwie sein. Wusch. Er sieht cool aus. Auch wenn seine Farbe nicht so mein Style ist. Das ist so ein Morve-Ton. Komm. Geskripteter Kampf, komm. Dann leck mich doch. Es ist ein geskripteter Kampf, den kann man nicht gewinnen. Ich übersetze sehr frei. Also in meiner Sprache. Du Haufen Scheiße, du bist doch nur Altmetall. Glaubst du, dass du mich wirklich besiegen kannst, du Spaten? Ich übersetze das sehr frei. Mein Arm. Du hast mir meinen Arm abgeschossen, du Spisser. Du Spisser. Das ist ein Spisser. Ja. Gerade soll ich kommen. So, weiter geht's mit freiem Übersetzen. Ich glaub, ich hab's. Ich glaub, ich bin ein bisschen schwach. Äh, ich bin nicht stark genug, um ihn zu vernichten. Kaputt machen. Ex. Du solltest, äh... Wie, was? Achso, ja. Er ist dazu gemacht worden, eine Kriegsmaschine zu sein. Du kannst, äh, konntest sie noch nicht besiegen. Aber denke mal dran. Äh, alle Toaster toasten toast. Ne. Du hast, äh, noch nicht deine volle Power erreicht. Wenn du alle deine Fähigkeiten nutzt, dann, äh, mit denen du ausgestattet bist, kannst du, äh, wirst du stärker. Und vielleicht eines Tages werden sie wieder glücklich miteinander leben. Ne. Äh, wirst du sogar so stark wie ich. Damit will ich dir sagen, dass ich stärker bin als du und ich, äh, du schwach bist. Also nerv mich nicht. Und, ja, ne, äh, ich gehe nach vorne und suche Informationen, sammle Informationen über Sigmas Schloss und, äh, soweit ich kann. Äh, ich treffe mich mit dir da, wenn du da bist. See you later. Ex, ich weiß, du kannst es tun. Ich würde auch nicht gern so... Ja, warum werden wir nicht jetzt schon so porten? Ich meine, so einfach dahin porten. Ganz einfach. Keinen Bock mehr, ein Passwort zu merken. Ja, äh, soweit habe ich jetzt gespielt, dass ich mir die Gegner angucken kann. Ich habe mir eigentlich gesagt, ich gehe da nach, welcher am erbärmlichsten aussieht. Problem ist, die sehen alle erbärmlich aus. Von daher habe ich jetzt ein Problem. Hm, aber das hier sieht mir aus wie ein Pinguin. Und ich nehme Pinguin in der Regel nicht ernst. So. Es ist tatsächlich ein Pinguin. Chill, Pinguin. Okay. Nee, dich nehme ich nicht ernst. Sorry. Dich nehme ich nicht ernst. Außerdem habe ich diese Eiskacke schon gleich hinter mir. Kann man froh drüber sein. Oh, Schneehasen. Ich kann aber keine Schneehasen töten. Holzfäller. Äh, lässt du das? Ich kann da draufstehen. Okay. Ich werde von einem Schneehasen verletzt. Ich glaube es nicht. Dich kann ich da oben nicht treffen, du Arsch. Yay. Wieso sind da eigentlich auf einmal Stacheln dran? Wenn er die schlägt. Wenn ich die kaputt mache, dann passiert da nichts mit. Oh, mehr Hase. Das ist nicht anders gewollt, Hase. Your life belongs to me. Meh. Fledermäuse. Cool, ich rutsche aber nicht. Hm, vielleicht doch nicht so schlecht das Eislevel. Yay. Ja, aber Megaman müsste eigentlich jeder von euch so zumindest vom Prinzip her kennen. Gehst du in die Stage, machst den Boss kaputt und der gibt dir dann seine Fähigkeit und dann bist du glücklich. Rutschen die hier aus. Gott, wie lebärmlich. Nein. So. Äh, ja. Komm, hausch ab. So, diese Wandsprünge muss ich noch lernen. Also dieses von da nach da und... Aua. Das tut weh? Oh, mein. Sicher kann ich ein, dass der mir hier meine Energie klaut. Okay, die Sprünge sind hier sehr komisch design. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Ja, okay. Nie. Wusch. Yay. Moment. Was sind das? Sieht aus wie eine Kapsel. Ach. Doktor Man. You've come. Ja. Nee, das ist nicht lustig. X, ich habe dir die Fähigkeit gegeben, to choose your own path and light. Deine eigenen Wege im Leben zu geben. Und ich hoffe... Hoped. Das ist Vergangenheitsform, du Idiot. Und ich hoffte, die Welt würde es mir erlauben, diese friedvoll zu machen. Äh, but now it seems that you are destined to fight. Ja, diesmal bist du gezwungen zu kämpfen. Weil ich dachte, die Welt bräuchte einen neuen Champion. Ich habe versteckte Kapseln, genau wie die hier. Wenn du sie findest, äh, gebe ich dir, increase your powers, steigere ich deine Kräfte. Beyond anything the world has ever known. Weit ab von dem, was die Welt kennt. Weit ab von Merkel und all dem anderen Scheiß. Ich drehe in die Kapsel. Und, äh... Blah, irgendwas mit deinem... Dass mein Speed erhöht wird. Gut, viel Glück, X. Hau rein, Mann. Sepp weg. Okay. Es regnet. Oh, neue Schuhe. Also, die passen ja ganz so hervorragend zu meinem Helm. Hä? Hä? Wie habe ich das? Achso. Oh, Alter, ich kann dashen. Geil. Die Kapsel ist weg. Wow. Okay. Die Steuerung mit dem, mit dem Dashen ist noch ein bisschen, ein bisschen Strauß. Okay, Dashen, Springen und Schießen kann ich knicken. Das sind drei Knöpfe auf einmal. Das ist doch schlimmer als eine Überraschung sei. Ey. Tschüss. Aber ich kann damit schön abhauen. Ähm, kann ich da jetzt irgendwie hoch? Nee, da kann ich so, das schaffe ich so nicht. Aber okay. Was denn das? Geil! Leck mich, Mann! Alter, ist das geil! Moment. Kann ich da irgendwie aussteigen? Nee. Äh. Moment. Moment. Ich kann nicht raus. Eben konnte ich. Egal. Wuh! Das kann nur ich. Das kann definitiv nur ich. Äh. Wo spawn ich... Achso. Okay. Alter, das kann definitiv nur ich vermuten, richtig zu sein und dann... Oh! Ja! Robo Battle! Geil! Das Spiel gefällt mir. Äh. Jetzt würde ich gern raus. Ah! Okay. So geht das. Okay, gut. Ah! Okay. Absolut nichts. Da noch was? Noch so ein Ding. Hm. Okay. Die werden ja wohl noch einen Grund haben. Aber vermutlich nicht jetzt. Vermutlich erst später, wenn ich... Wenn ich größer bin. Wenn ich erwachsen geworden bin. Wenn Papi mir endlich beigebracht hat, wie man Fahrrad fährt. Aua! So. Uah! Uah, Alter. Du schmeißt hier mit Schneebellen um... Spinnst du? Auf dem Schulhof ist das Schneeballwerfen und das sagt, du Spisten. Spisten. Ich denke mir heute schon wieder Beleidigungen aus. Vorstür. Ja. Das... Das lief doch so weit. Oder? Ja, das... Das lief. Wie viel lebt? Ich hab noch ein Leben. Okay. Dann knöpfen wir uns den Pinguin mal vor. Komm her, Mann. Ich geb's dir. What? Okay. Ja. So spielst du also. Wird ich die kaputt machen? Ja, kann ich. Nee. Okay. Du weißt schon, dass mir das nichts ausmacht, oder? Ich muss ihn wieder lassen. Er hält einiges aus. Aber er ist ein Pinguin. Und ich hab keinen Respekt vor Pinguin. Nein, davon wollte ich gerade nicht... Alter. Alter, du hast realisiert, dass mich das nicht trifft, oder? Ja. Ja. Ich schaff' dich. Äh... Eben hat sich das noch getroffen. Ich geb's dir, Mann. Es war ein doll. Grrr! Hahaha. Dann schaff's dir nicht.